Der eine darf nicht, so wie der will, der andere will nicht. So kunst, dass keiner sich mit dem anderen richtig vertraut. Aber bei mir ist das ganz anders, ich hab eine Idee. Die lässt mich machen, wie ich will, die lässt mich sein. Ich bin mit ihr schon viele Jahre verbandelt. Und ich versprich's mir, folgt kein anderer, ich kann besser in die Idee. Das ist die Anna, ja, die Anna, die Anna ist sie. Bei meiner Sadie bleibt bei dir, wie scheiß die Knie. Das ist die Anna, ja, die Anna, ja, die Anna, ja, die Anna ist sie. Hey, das ist für mich die allerschönste Melodie. Und wer, mein Alter, das tun mag wie ich, der soll's halt packen. Ihr Herz ist groß, ihr Herz ist weit, wer wollt ihr kommen? Ob Mann, ob Frau, jeder darf sie zu ihr flacken. Und wenn's die lieb, hat's war's nicht, war's nicht, geht sie so. Das ist die Anna, ja, die Anna, die Anna, die Anarchie. Bei meiner Sadie bleibt bei dir, wie scheiß die Knie. Das ist die Anna, ja, die Anna, ja, die Anna, ja, die Anna, die Anarchie. Das ist für mich die allerschönste Melodie Das ist die Anna, ja, die Anna, die Anarchie Bei meiner Sade, die bleibt bei dir, bescheiß dich nie Das ist die Anna, ja, die Anna, ja, die Anna, die Anarchie Das ist für mich die allerschönste Melodie Anarchie Unter Anarchie wird in diesem Beständnis damit die Aufhebung hierarchischer Strukturen in einem umfassenden Sinn verstanden Bis hin zur Auflösung staatlicher Organisierter der menschlichen Gesellschaft Im Mittelpunkt stehen Freiheit, Selbstbestimmung, Gleichberechtigung und Selbstverwirklichung Der Individuum, kollektive Selbstverwaltung und sofern wird der Anarchismus von seinen Vertretern in einem sozialrevolutionären Sinn auch verstanden als synthetisch Individuelle Freiheit und soziale Verantwortung für die Gemeinschaft So sollte man das im Prinzip so sehen, ein Mensch, der nach diesem Prinzip hier lebt oder eine Herrschaftsfreie Gesellschaft anstrebt wird als Anarchist bezeichnet So sollte man das mit einem soziale Verantwortung setzen, dass die Menschen ausübergend sind und sofern isch der Fall Aber das ist das eine Art der Anarchistenz bei der Anarchistin in einem soziale Schrift